Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zum großen Reveal des Turnierbaumes des 1500 Abonnenten Party Turnier Geburtstag was weiß ich was stream Leute es sieht nämlich so aus dass sich 14 Leute angemeldet hat was mich tierisch freut wir können also einen Turnierbaum hier machen den wir komplett live zeigen können haben also mehr Möglichkeiten mehr Decks zu sehen und da freue ich mich einfach tierisch drauf das erste Spiel liebe Leute macht der gute Jalapeno gegen Kusifu deswegen bitte ich euch zwei darum dass ihr bitte um 19 Uhr zwischen 19 und 19.05 da seid dass wir rechtzeitig anfangen können anfangen ist wirklich 19.05 da läuft dann auch theoretisch wenn einer von euch beiden nicht da sein sollte die erste Zeit ab für denjenigen dann das heißt es guckt dass ihr pünktlich seid dann machen wir weiter mit den guten Skuraro das Croissant Grafen und Kosti Yee Mustsock Next Tremors Blady Red King Lucky Sospa tut mir leid dass ich deinen Namen nicht richtig aussprechen kann Pfeffers ist natürlich auch mit dabei und dann randomized haben die oder der gute Moonlight Schrägstich die oder der gute Aim Break es geschafft theoretisch eine Runde schon weiter nach vorne zu kommen weil sonst das ganze halt nicht gepasst hätte vom Turnierbaum ich hoffe es ist von euch für die Farben und auch so relativ verständlich wir haben hier theoretisch Runde 1 das ist so die Vorrunde Runde 1 Runde 2 Runde 3 also hier das Finale theoretisch und dann schlussendlich den Sieger der dann den 20 Euro Gutschein kriegt und diesen vielleicht für Halfstone vielleicht für irgendwas anderes im Battle.net verwenden kann so nochmal ganz kurz ein bisschen was zu den Regeln Leute weil das ist mir tatsächlich sehr sehr wichtig edit eure Leute im Laufe des Sonntags hier dass wir rechtzeitig anfangen können und auf jeden Fall rechtzeitig auch die Matches zeigen können das ist mir tatsächlich sehr sehr wichtig Leute deswegen guckt da einfach dass ihr das macht das wäre super super toll dass wir rechtzeitig anfangen können rechtzeitig immer weiter machen können und alles mögliche so noch eine wichtige Sache ist mir Leute guckt nicht den Stream während ihr im Turnier spielt das ist super super wichtig weil ich das ja live kaste mehr oder weniger wenn ihr dann irgendwie halt während der Zeit irgendwie reinguckt und das dann halt die Hand oder das Gegner seht ist das super super scheiße natürlich weil ihr damit halt ein bisschen bescheißt und alles mögliche das ist echt nicht cool deswegen bitte ich euch darum dann den Stream auszumachen ihn zu minimieren was weiß ich auch zu machen dass ihr da in Ruhe spielen könnt und euch auf das Spiel konzentriert und nicht irgendwie darauf oh der hat jetzt hier mein Control auf der Hand da spiele ich irgendwie irgendwie drum rum oder sowas das wäre halt echt uncool Leute deswegen seid so fair und spielt richtig so das war eigentlich das Grundprinzip was ich hier eigentlich noch mal sagen wollte ich meine ansonsten hat sich nicht viel verändert zum letzten Turnier ihr dürft zwei Epics eine Legendary machen ich habe da noch eine sehr gute Idee gelesen von ein paar Leute von euch dass wir das um Punkte verteilen sollen dass eine Legendary zwei Punkte ist und man insgesamt vier Punkte hat eine Epische ist dann ein Punkt das werden wir dann nächstes Mal wahrscheinlich einführen ich fand die Idee super super gut aber ich kann das jetzt hier einfach schlecht nochmal verändern und alles möglich weil sich vielleicht der ein oder andere schon ein Stack gebastelt hat und ich freue mich einfach tierisch drauf mit euch das Turnier zu machen weil es einfach wieder gigantisch wird liebe Leute noch ganz kurz es wird ja ein paar Giveaways geben die Giveaways werden random wieder rausgehauen ich habe wieder mein Handy danach gerichtet dass es einfach random klingelt zwischen der Uhrzeit zwischen 19.30 Uhr und 22 Uhr habe ich es eigentlich jetzt mal eingestellt wenn ich es richtig kaufe aber 22.30 Uhr weiß ich es nicht mehr ganz genau auf jeden Fall klingelt es dann random und das ist dann der große Alarm dann haue ich ein Giveaway raus ein Spiel es sind Steam Cays das heißt also jeder wird das wahrscheinlich einlösen können von dem her passt das auf jeden Fall so wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Turnier könnt ihr mir die auch sehr sehr gerne hier drunter in die Kommentare schreiben bitte edit euren jeweiligen Partner hier im Pairing dass wir so bald wie möglich anfangen können ich freue mich auf jeden Fall tierisch drauf start wie gesagt 19.00 Uhr 19.05 Uhr geht dann das große Turnier los mit Jalapeno gegen Kusifu seid bitte pünktlich ihr zwei die anderen seid natürlich auch da dass ihr recht rechtzeitig dann starten könnt wenn ihr halt jeweils dann dran seid und ich freue mich tierisch drauf auf euch auf dieses wunderschöne Event das wir hier zusammen machen können und liebe Leute ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch haut rein bis morgen Abend wo das große Turnier dann startet bis dann Türelü